Ihr Lieben, ich möchte ganz kurz noch mal den Trick mit dem Ei zeigen. Grüne Ostereier sollte man machen. Die kann man nämlich verschwinden lassen, indem man sie ganz feste, so feste wie es geht, an die Wange drückt und ganz feste zudrücken und dann ist das Ei verschwunden. Und das müsst ihr mal machen. Das kannst du aber nur mit grünen Eiern machen. Also, bis denn, viel Spaß beim Probieren.